Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Ich bin heute im Haus. Ganz einfach aus dem Grunde, weil draußen eine Riesenbaustelle ist und Handwerker rumlaufen. Aus dem Grunde bin ich im Haus. Das ist auch der gleiche Grund, weshalb mein Monolith im Wohnzimmer steht. Das war der einzige übergebliebene sichere Platz auf meinem Grundstück. Was gibt es heute? Heute mache ich ein Wurst-Ratatouille. Etwas ganz Einfaches. Die Idee ist eigentlich geboren bei mir, weil ich Reste aufgebrauchen wollte. In Summe gesehen wird es aber richtig lecker werden. Wollt ihr sehen, wie ich es gemacht habe? Ich zeige es euch. Für das Bratwurst-Ratatouille brauche ich Bratwürstchen. Fünf Stück, fünf normale Rostbratwürstchen. Die werden in Scheiben geschnitten. Eine Aubergine, die wird halbiert und in Scheiben geschnitten. Das gleiche mache ich mit der Zucchini. Die gelben Paprika werden entkernt und in Würfel geschnitten. Die Tomaten werde ich in grobe Stücke schneiden. Die Zwiebeln werden fein gehackt. Frühlingszwiebel in Ringe schneiden. Was brauchen wir noch? Basilikum, ein kleines Bündchen. Da werden die Blätter fein gehackt. Olivenöl zum Anbraten. Mein Gemüsefond. Passierte Tomaten. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch ins Rezept. Das hängt auch stark davon ab, wie es hinterher in meinem Topf aussieht. Drei Knoblauzehen, die werden fein gehackt. Salz, Pfeffer und Zucker brauche ich ebenfalls. Ich würde sagen, ich lege es los und dann geht es weiter. Als Setup benutze ich heute meinen FT4,5 ohne Füße. Deshalb klappt es auch heute gut auf dem Ofen. Da hinein kommt ein bisschen Olivenöl. Das lasse ich jetzt schön heiß werden. Aber nicht zu heiß, weil da ist der Rauchpunkt nicht so hoch wie beim Rapsöl. Da hinein kommen meine in Scheiben geschnittenen Rostbratwürstchen. Die brate ich jetzt von allen Seiten schön an. So gefällt mir das. Das reicht mir auch schon. Und raus damit. Mittlerweile haben sich ein paar schöne Rösterhöhren gebildet am Boden. Die Zwiebel kommen rein. Und auch schon die Paprika. Das schwitzeln wir schön an. So dieses Anspitzen mache ich bei mittlerer Hitze. Seht ihr, jetzt tritt das Wasser aus. Und damit löse ich auch gleich die wunderbaren Röstaromen vom Boden. Ich liebe kochen. So, wir sind jetzt so fünf Minuten weiter. Das Gemüse hat schön Glanz bekommen. Die Zwiebeln sind schön glasig. Mein Knoblauch kommt hinzu. Und auch die Zucchini. Das schwitzen wir jetzt ebenfalls mit an. Schön vermengen. So, weitere fünf Minuten sind rum. Das reicht mir so. Jetzt kommt das Tomatenmark hinzu. Ich würde sagen so gefühlte zwei Esslöffel. Das schwitzen wir jetzt ebenfalls mit an. Und da das nicht so einfach geht, kommt noch ein bisschen Flüssigkeit hinzu. Dann verteilt sich nämlich das Tomatenmark besser und ihr könnt es besser mit anspitzen. Die Flüssigkeit war übrigens mein Gemüsefond. So verteilt sich jetzt gleich deutlich besser. Meine Frühlingszwiebeln kommen ebenfalls hinzu. Auch mit Unterrühren. Und der Rest von meinem Gemüsefond. Einmal. Die Wurst kommt zurück. Meine Tomaten kommen hinein. Die passierten Tomaten. Ich denke mal. Eine halbe Packung in etwa. Einmal verrühren. Mal schauen wie es aussieht. Ja, ich denke es ist genug. Mein Zucker kommt hinzu. Das Salz. Und auch der Pfeffer. Das Ganze einmal vermengen. Duften tut es jetzt schon gut. Alter Schwede. Jetzt noch einen Deckel drauf. Und ich würde sagen so 20 Minuten kochen lassen. Dann sollte es fertig sein. Gute 20 Minuten sind rum. So sieht es aus. Und es duftet. Gitter Schwede. Jetzt noch das Basilikum hinzu. Nur noch einmal verrühren. Und dann ist es fertig. Das werde ich jetzt mal probieren. So, jetzt bin ich einmal gespannt wie es schmeckt. Wurst ist klasse. Wurst ist klasse. Sehr lecker. Kommen wir zum Fazit. Fazit. Alter Schwede. Einfach war es. Alle Reste aufgebraucht. In Summe gesehen ein rundes, stimmiges, leckeres Essen. Zwischen Süße und Säure das passte. Die Wurst passte. Die war klasse. Klar, das ist ja auch von Christoph Grabowski. Die war richtig, richtig lecker. Es war ausgewogen von der Würzung. Obwohl ja gar nicht viel dran war. Das Gemüse tat sein übrigens dazu. Ein einfaches, leckeres Essen. Dazu passt Baguette. Dazu passen Kartoffeln. Dazu passen Nudeln. Reis. Alles was man sich vorstellen kann. Und es ist extrem schnell zu machen. Und es war lecker. Und das ist richtig, richtig wichtig. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert mich. Einen netten Kommentar. Alle mal immer wieder. Bis dann. Euer Christian. Glück auf. Euer Christian.